Hi Petra, na? Wie klingst du denn? Oh, du klingst aber ziemlich müde. Was ist denn los mit dir? Ach, du musstest heute ziemlich lange arbeiten. Okay, okay. Ja, ich habe auch ziemlich viel gemacht. Warte mal ganz kurz, Petra. Sag mal, was macht ihr denn schon hier? Ihr seid aber ziemlich früh heute da, oder? Oder telefoniere ich schon wieder ziemlich lange mit Petra? Es geht heute auch um das Wort ziemlich. Ziemlich. Darf ich noch mal ganz kurz mit Petra telefonieren? Ja, okay. Ach, es nervt dich so ziemlich, wenn ich immer mit Petra telefoniere? Ach komm, ganz kurz noch. Wir reden auch gleich über das Wort ziemlich. Okay, danke. So Petra, wir können jetzt nicht so lange telefonieren. Nee, ein Schüler von mir ist ziemlich genervt, weil wir immer so lange telefonieren. Kann ich auch ein bisschen verstehen. Ja, ich weiß, wir übertreiben das ja auch immer. Immer telefonieren wir, wenn eigentlich meine Schüler mit mir sprechen wollen. Das ist vielleicht ziemlich unhöflich von mir. Okay, aber ganz kurz noch, ja? Petra, weswegen ich dich überhaupt anrufe? Ich wollte dich noch mal fragen, wie fandst du eigentlich den Film gestern? Also ich fand den ziemlich langweilig. Und ich finde, der wurde auch so in die Länge gezogen. Also ich weiß nicht, irgendwie fand ich den ziemlich langweilig und auch die Luft, die war ziemlich schlecht in dem Raum. Ja, ich weiß auch nicht, irgendwie. Nee, ich war ziemlich genervt, du. Also du fandst den gut, den Film? Wieso, was fandst du den gut? Den fandst du gut, den Schauspieler? Also ich finde den ziemlich arrogant. Ja, ich finde den echt ganz schön arrogant. Ich finde, der hat ganz schön übertrieben, so mit seiner Mimik und seiner Gestik. Also ich finde den ziemlich arrogant. Du nicht? Naja, gut. Okay, lassen wir das, Petra. Aber du, das neue Restaurant, wo wir danach waren, das war ziemlich gemütlich, oder? Fandst du auch? Ja, fand ich auch. Und das Essen war ziemlich lecker. Ja, nicht außergewöhnlich lecker, aber doch, ich fand das ziemlich gut, muss ich sagen. Da können wir eigentlich noch mal hingehen. Du, aber mal was anderes. Was ist denn eigentlich in letzter Zeit mit Sabine los? Ja, die ruft mich ziemlich oft an. Normalerweise haben wir jetzt ja nicht so viel Kontakt, aber in letzter Zeit, du, die ruft mich bestimmt dreimal in der Woche an. Das finde ich ziemlich oft. Hat die Probleme oder so? Oder fühlt sie sich alleine? Ich glaube, die ist ziemlich alleine, oder? Hm, okay. Die ruft sie auch so oft an. Vielleicht sollten wir uns mal mehr um Sabine kümmern. Ich glaube, sie würde sich ziemlich freuen, wenn wir sie, ja, wenn wir sie auch mal einladen würden, mit uns ins Kino zu gehen, oder? Nö, ich habe da nichts gegen. Ich finde sie eigentlich ziemlich nett. Ist jetzt nicht meine beste Freundin. Weißt du ja, Petra, du bist meine beste Freundin. Aber im Großen und Ganzen ist sie ziemlich nett. Kann ich schon sagen. Ja, dann lass uns doch Sabine das nächste Mal mitnehmen. Ich glaube, sie ist ziemlich einsam. Ja, sie wohnt da ja auch alleine. Ich meine, deswegen verreist die auch so viel. Ich finde, die verreist ziemlich oft, oder? Also, die ist ja mindestens dreimal, viermal im Jahr ist die weg im Urlaub. Ich finde das ziemlich oft. Ja, okay, du vielleicht nicht. Aber doch, für mich ist das ziemlich oft, drei-, viermal im Jahr wegzufahren. Ich finde es auch ziemlich teuer, so oft wegzufahren. Aber gut, Sabine verdient ja auch ganz gut. Sie hat ja einen super Job. Ne, ich glaube, sie kriegt ein ziemlich hohes Gehalt in ihrem Job. Aber, naja, lassen wir das. Wir rufen sie mal an und dann, ja, und dann nehmen wir sie einfach mal mit ins Kino. Das können wir doch machen. Petra, ich glaube, wir telefonieren schon wieder ziemlich lange. Und, ja, und das ist vielleicht nicht so höflich. Eigentlich ist es sogar ziemlich unhöflich meinen Schülern gegenüber, wenn wir immer so lange telefonieren. Petra, übrigens, wenn ich so rausgucke, findest du nicht auch, dass es schon ziemlich früh dunkel wird? Ja, ich weiß, okay, wir haben schon Mitte November, aber ich weiß nicht, irgendwie finde ich es ziemlich früh dieses Jahr, dass es dunkel wird. Aber wahrscheinlich sage ich das jedes Jahr. Ich finde es auch schon ziemlich kalt, muss ich sagen. Abends finde ich es schon ziemlich kalt. Ich meine, tagsüber ist es noch ziemlich warm. Ich finde es noch relativ warm, ziemlich warm für diese Jahreszeit. Aber sobald die Sonne untergegangen ist, ist es ziemlich kalt. Aber Petra, ich muss jetzt wirklich Schluss machen. Tschüss, 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 bis dann. Oh, Leute, Leute, ziemlich, ziemlich, ziemlich. Wisst ihr jetzt, was damit gemeint ist, wenn ich sage, es ist ziemlich kalt? Es ist nicht total kalt, aber ganz schön kalt. Also schon ziemlich kalt eben. Oder es wird ziemlich früh dunkel. Es wird ganz schön früh dunkel. Jedes Jahr das Gleiche, ich weiß, aber es ist wirklich wahr. Jedes Jahr denke ich, oh, 5 Uhr und schon dunkel. War doch vor kurzem noch hell um 5 Uhr. Also es wird ziemlich früh, relativ früh dunkel. Oder ich habe schon wieder ziemlich lange mit Petra telefoniert. Also ziemlich lange, relativ lange, ganz schön lange. Nicht total lange, aber eben ziemlich lange, ganz schön lange. Und ihr seid vielleicht ziemlich genervt von mir. Nicht total komplett genervt, aber doch schon ein gutes Stück genervt. Ganz schön genervt von mir, weil ich immer mit Petra telefoniere. Oder seid ihr nicht so genervt? Ich meine, immerhin habt ihr auch etwas über das Wort ziemlich gelernt während meines Gesprächs mit Petra oder? Ich hoffe, ihr seid nicht so genervt, oder? Seid ihr doch genervt? Ja, ziemlich doll oder nicht so doll? Vielleicht schreibt ihr mir doch ein paar Sätze mit dem Wort ziemlich als Kommentar. Und ich wäre ziemlich froh, wenn ihr mir noch einen Daumen rauf gebt. Und ich wäre nicht nur ziemlich froh, sondern total froh, wenn ihr mir noch euer Abo dalasst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!